Hallo, ich bin Nico von der Ikonenschmiede und ich zeige bildenden Künstlern, wie sie mit authentischer Selbstvermarktung endlich erfolgreich ihre Kunst verkaufen. Herzlich willkommen zum Kunstverkaufen-Podcast, dem Podcast, bei dem du als bildender Künstler endlich verstehst und lernst, wie du erfolgreich deine Kunst vermarktest und schließlich auch verkaufst. Und in dieser 76. Episode des Kunstverkaufen-Podcasts möchte ich auf etwas zu sprechen kommen, das wir auch schon in den letzten Folgen hin und wieder mal angesprochen haben. Und zwar die Unterscheidung zwischen Marketing-Taktik und Marketing-Strategie. Du erinnerst dich bestimmt an das Zwiebelkuchen-Beispiel, in dem ich das Zwiebelschneiden und das Backen von einem Zwiebel so in Relation bringe mit Taktiken und eben der Strategie. Und genauso ist es eben auch im traditionellen Kunstmarkt. Es werden immer wieder Taktiken genutzt, um einen gewissen Erfolg herbeizuführen. Und dann konzentrieren sie sich auf eine Taktik und diese eine Taktik muss funktionieren. Und wenn außerhalb dieser Taktik etwas nicht funktioniert, dann haben wir ein großes Problem. Und deswegen möchte ich heute etwas ansprechen und zwar den Unterschied zwischen Systemen und Ausstellungen. Ausstellungen sind Werbetaktiken. Systeme sind Strategien, mit denen man Anfragen generiert und dann schließlich auch im Verkaufsprozess aus Anfragen Verkäufe macht. Und glückliche Kunden bzw. Sammler, die einen dann auch weiterempfehlen. Denn wenn wir uns mal, wenn wir das alles mal Revue passieren lassen, was so in den letzten 100 Jahren passiert ist, dann gerade in der Kunstbranche, wenn ich sogar schon ein bisschen länger habe, dann ist es immer wieder dieselbe Strategie. Du suchst dir einen Ausstellungsort, du richtest das Ding ein mit dem Kurator oder dem Kunsthändler, du planst die Ausstellung mit netten Worten, Champagner und Häppchen, wie es halt immer so ist. Dann werden irgendwelche PR-Artikel geschrieben in der örtlichen Zeitung. Vielleicht wird ein bisschen Printwerbung an die bisherigen Kunden rausgeschickt, so die Stammkunden, die eben der Galerist hat. Wenn du den Galeristen hast, dann führt man vor Ort nette Gespräche bei der Venisage, bla bla bla, hi hi hi, ha ha ha. Und dann wird ein bisschen über den Hintergrund gequatscht. Oft ist es dann ein bisschen so eine angespannte, seltsame Atmosphäre, wenn man irgendwie Menschen beeindrucken möchte. Und dann baut man ab. Ja, also ich muss dir an der Stelle aber auch ins Herz legen, dass das völlig normal ist, dass man in solchen Situationen oft nicht verkauft. Und schwierig ist es nämlich, auch wenn du verkaufst, weil du nicht weißt, warum etwas funktioniert hat und warum nicht. Warum hat diese Ausstellung funktioniert? Warum hat sie nicht funktioniert? Das sind sehr, sehr, sehr wichtige Faktoren. Und da ist nicht immer nur deine Kunst daran beteiligt, an dem Erfolg, sondern das kann der Zeitpunkt sein. Das kann die Art und Weise, wie es ausgestellt wurde, sein. Das kann die Art und Weise, wie du präsentiert wurdest, sein. Es kann die Zielgruppe an sich sein, die da reingekommen ist in diese vier Wände und sich deine Produkte angesehen hat. Weil letztendlich ist es nichts anderes als dieses Präsentieren von Produkten. Weil davon abgesehen, wenn es nicht funktioniert, dann liegt das wahrscheinlich an folgenden Gründen. Denn in einer Atmosphäre voller Trubel und Lärm wird selten verkauft. Man ist sehr, sehr abgelenkt. Und Menschen haben oft gar keine Lust vor Ort, Entscheidungen zu treffen, vor allem in der jetzigen Zeit. Erinnere dich mal selber, wie oft du in irgendeinen Laden reingehst und dann erstmal lieber online schaust, wie viel das woanders kostet, was du dir gerade angesehen hast. Bei der Kunst ist es genau dasselbe. Die Leute wissen jetzt mittlerweile, dass Künstler auch Online-Präsenzen haben und je mehr sie sich mit Kunst beschäftigen, vor allem wenn sie selber nicht im Kunstmarkt sind, sondern sich einfach nur für Kunst interessieren, umso mehr sind sie auf den sozialen Kanälen unterwegs und umso mehr werden sie dich dann auch beurteilen daran, wie du dich online präsentierst. Was nicht unbedingt bedeutet, dass du viele Follower haben musst. Das ist nicht wichtig. nicht wichtig, sondern wie kontinuierlich und wie hochwertig du dich präsentierst. Da beginnt es mit der Website, da beginnt es dann auch mit dem Social Media Auftritt und natürlich die Texte, die eben dann ansprechend sein sollten für diese Personen, die dann auch diese Sachen durchlesen. Wenn sie sich nicht angesprochen fühlen, dann haben sie ein großes Problem, beziehungsweise du hast das Problem. Und die Wahrheit ist eben auch, dass die meisten Menschen teure Kunst, also Kunst über 1000 Euro, nicht auf den ersten Blick kaufen. Warum auch? Würdest du Kunst auf den ersten Blick für über 1000 Euro kaufen? Oh, gefällt mir, nehme ich mit nach Hause. Das ist so ein Mythos. Die meisten Menschen machen das nicht. Und wenn sie das machen, dann sehen sie darin eine Investition, der sie vertrauen, von der sie glauben, dass sie nächstes Jahr oder nächsten Monat mehr wert ist als jetzt in diesem Moment. Deswegen hast du auch diese Autoritätsgläubigkeit geschaffen durch den Kunstgaleristen, der eine gewisse Wirkung hat und dann wird dem eben auch Vertrauen geschenkt und dann kauft man eben auch Kunst aufgrund genau dieser Faktoren. Und deswegen brauchen die meisten Kunden einfach ein bisschen mehr Zeit, um eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Was gehört dazu? Informationen über dich, deine Kunst, Eindrücke, Raumbeispiele, Bedenkzeit. Ich meine, die müssen zu Hause sich dann auch die eigenen Wände ansehen. Auch nochmal besprechen, wo soll das wie hängen, Visualisierung und das Wichtigste eben Vertrauen in dich und deine Kunst. Wenn ich jetzt so mich an die Kunstschmiedeakademie erinnere, die Akademie, in der ich eben Künstlern auch Schritt für Schritt in Lektionen zeige, wie sie erfolgreich ihre Kunst vermarkten, dann werden wir oft Zeuge eines sehr, sehr seltsamen Verhaltens. Weil irgendwann bekommt jeder irgendwie eine E-Mail mit folgendem Inhalt. Ich folge dir nun seit knapp einem Jahr und bin so begeistert von deiner Kunst. Ich bin ein richtiger Fan von deiner Kunst und heute habe ich dir den Entschluss gefasst, mir eins deiner Werke zu kaufen. Das ist immer so. Das ist irgendwie, das ist verrückt. Die Leute lassen sich zum Teil ein ganzes Jahr lang bedenkt sein. Und dann hast du auf der anderen Seite eben diejenigen, die sagen, wir brauchen diese Ausstellung, wir müssen auf diese Ausstellung verkaufen, weil dann wissen wir, ob deine Kunst erfolgreich ist oder nicht, ob sie es auf dem Markt schafft oder nicht. Absoluter Blödsinn, weil die Menschen Bedenkzeit brauchen. Sie müssen sich an den Gedanken gewöhnen. In dem Fall, bei diesem Zitat, das ist oft genug passiert, geht es hier darum, dass keine Ausstellung hier der Auslöser war, sondern der kontinuierliche Kontakt. Was nun? Also du hast auf der einen Seite ein ganzes Jahr Inhalte und Beratung, die automatisiert abläuft im Sinne von Online-Marketing und auf der anderen Seite eine Ausstellung, die einmal stattfindet. Was du benötigst, ist keine weitere Ausstellung. Was du benötigst, ist ein System, mit dem du deine Kunden immer wieder erreichst und ihnen deine Kunst näher bringst. Das kann über soziale Medien sein, das kann strategisches Newsletter-Marketing sein, es kann aber auch eine Polaroid-Aufnahme sein mit einem netten, handgeschriebenen Brief. Das ist völlig egal. Wichtig ist, ein System zu entwickeln, mit dem du deinen zukünftigen Kunden dabei helfen kannst, eine informierte Kaufentscheidung zu treffen. Du musst ihnen dabei helfen. Die haben meistens selber keine Ahnung, ob sie etwas brauchen oder nicht. In der Art und Weise, wie du deine Arbeit präsentierst, können sie für sich dann aber erkennen, ob etwas Relevanz hat oder nicht. Das ist ein ganz einfaches Ding. Wenn ich dir ein Produkt zeige, zum Beispiel ein einfaches, wenn ich dir das iPhone hinlege, dir aber nicht sage, was es macht und du in deinem Leben noch nie ein iPhone gesehen hast und es davor auch keine Touch-Handys gab, dann würdest du sagen, was soll ich damit? Was? 1.000 Euro dafür? Wofür? Warum? Du willst natürlich wissen, wofür es da ist. Also in der Kunstbranche ist es natürlich was anderes. Es hat ja keinen mechanischen Vorteil oder sowas, sondern es hat einen emotionalen Kontext. Es hat auch eine Trigger-Funktion, es erinnert einen an bestimmte Dinge, es hat auch eine energetische Wirkung im Raum. Das brauchen wir gar nicht bezweifeln. Das ist ja, glaube ich, jedem bewusst, der sich mit Kunst beschäftigt, dass so ein Kunstwerk sehr wohl auch eine gewisse Energie ausstrahlt. Und deswegen ist es wichtig, dass du ihnen dabei hilfst, dich kennenzulernen, bevor sie etwas kaufen. Der Mensch hinter der Kunst ist wichtiger als die Kunst selbst. Ich meine, wir würden ja auch nicht einfach nur Kunst von Robotern kaufen. Es gibt genügend KIs da draußen, die jetzt schon sich vier, fünf Kunstwerke ansehen. Rembrandt, Michelangelo, Raphael und dann machen sie da so einen Querschnitt und nach dem Stil malen diese Roboter dann Leinwände voll mit Ölfarbe. Sieht gut aus, aber es wird auch kein Mensch haben, weil da keine Emotion dahinter ist. Da ist kein Mensch dahinter, da ist keine Geschichte dahinter, da ist kein Kontext. Vielleicht der erste Roboter, der irgendwas Krasses malt, vielleicht wird der relativ gut verkauft, aber letztendlich ist es die Geschichte. Und wenn ein Roboter das halt einfach duplizieren kann, ich meine, warum sollten wir das dann auch gut finden? Deswegen, der Mensch hinter der Kunst ist wichtiger als die Kunst selbst. Das ist wie beim Dating. Stell dir vor, du lernst jemanden kennen und die Person sagt dir nach dem zweiten Kaffee, mhm, hier hast du meinen Wohnungsschlüssel, du kannst morgen einen ziehen. So, jetzt sind wir nochmal ehrlich, ein bisschen Vorspiel schadet nicht, oder? Also, deswegen lass uns einfach mal objektiv betrachten, wie Außenstehende diese etablierte Methode Kunst zu verkaufen wahrnehmen. Also, du lädst Menschen in einen umgebauten Laden mit hohen Decken ein, der hat eine tolle Beleuchtung, Häppchen, ein bisschen Alkohol, nett angezogene Leute, die ein bisschen steif in der Ecke stehen und dann eben deine Produkte an der Wand. Die hängen dort, werden allerdings nicht erklärt. Dazu drängen sich noch jede Menge Menschen davor, die so tun, als wüssten sie, was abgeht und die eben auch eingeladen wurden, um sich deine Produkte anzusehen. Teure, große Produkte, die einfach an der Wand hängen, viel Platz brauchen. Ja, und dann gehst du hin oder der Kunstgalerist geht hin und sagt, na, wie geht's? Gefällt dir was? Magst du eins davon kaufen? Es funktioniert nicht. Es funktioniert in den seltensten Fällen. Deswegen haben wir auch so ein großes Galeriesterben, weil die Künstler und die Kunstgaleristen leider nicht verstehen, dass die Menschen ein bisschen mehr Zeit brauchen und den Kontext brauchen. Und wir sind so reizüberflutet in der jetzigen Zeit, dass wir lange, lange, lange Kontakt brauchen mit etwas, das wir interessant finden und dann einen tieferen Kontext erfahren, damit es sich einbrennt. Weil wenn es einfach nur ein Bild ist, das funktioniert vor dem Internet, ja, da haben wir noch nicht so viele Bilder gesehen. Da hat sich so ein Kunstwerk eingebrannt und dann hat man das nie wieder vergessen. Das ist heute ein bisschen anders. Du brauchst heute nur auf Instagram zu gehen und durch den Explore-Bereich einfach mal eine halbe Stunde zu scrollen und dein Hirn ist Matsch. Ja, deswegen. Deswegen, ja, es funktioniert in den seltensten Fällen auf diese Art und Weise. Es braucht einen ersten angenehmen Kontakt, ja. Du siehst das Kunstwerk, du hast den Künstler vor dir, du hast den Künstgaleristen vor dir, du bekommst Informationen, Details, Vertrauen wird aufgebaut und die Möglichkeit, sich mehr über die Kunst zu informieren. Das wird oft einfach vergessen. Das Prozedere ist in dem Fall Sache aber des Galeristen, ja, wenn du das normalerweise hast im direkten Verkauf und die Kundenbindung, die da dann stattfindet und die verkäuferischen Fähigkeiten, die er dann hat oder die Kundenbindung, die er im Vorfeld auch schon aufgebaut hat, wirken dann halt auch vertrauensbildend auf die ausgestellten Werke, die du dort hast und auch auf dich als Künstler. Ganz einfaches, ganz einfaches Modell, ja, wenn ich sehr viel Vertrauen habe von einer großen Zielgruppe und ich dich dann weiterempfehle an diese Zielgruppe, dann ist eben das Vertrauen, das sie mir gegenüber haben, färbt ein bisschen ab auf diese eine Sache, die ich oder als dich, auf dich als Künstler ab oder auf dich als Produzenten ab, je nachdem, was du eben anbietest und dann haben sie dir gegenüber auch nicht mehr so diese Skepsis, ja. Du bist kein absolut Fremder, weil ich habe dich in die Gruppe reingebracht. Das ist ein einfaches, evolutionär, psychologisches Prinzip, Social Proof, soziale Bewertheit und je höher eben diese Person, je höher diese Person gestellt ist, die eben genau diese Sache oder diese Person empfiehlt, umso schneller ist es eben genau diese Handlungsbarrieren und Vertrauensbarrieren zu überbrücken. Wenn das aber nicht passiert, ja, verlassen die eben die Ausstellung und vergessen halt auch deinen Namen, ne. Es braucht ein System, so ein richtiges System, damit du dann auch genau diese Menschen an die Hand nimmst und so durch eine Art Beratungsprozess begleitest, ihnen zeigst, warum diese Kunst für sie spannend sein kann und ein System, das dir halt auch die Arbeit erleichtert. Also es geht nicht darum, viel zu machen, nur um viel zu machen. Es geht auch darum, sich die Arbeit zu verringern, ja, dass man nicht zu viel leistet und nicht zu viel macht, einfach nur, weil man irgendwie das Gefühl hat, man muss viel machen. So wie viele Künstler da draußen irgendwie so viele Ausstellungen haben, aber kein System, mit dem sie dieses anfängliche Interesse fangen und dann diese Menschen halt weiter beliefern mit Informationen, die ihnen dabei helfen, informierte Kaufentscheidungen zu treffen. Es geht darum, dass du ein System aufbaust, das dir ermöglicht, die Menschen auf Autopilot zu beraten mit deinem Online-Marketing, damit du mehr Zeit für deine Kunst hast, damit irgendwann diese Ausstellungsbesucher vielleicht vom letzten Sommer morgen deine Kunst dann eben per E-Mail kaufen, weil sie sagen, ich habe jetzt ein ganzes Jahr lang, habe ich an deine Kunst denken müssen und ich bin ein richtiger Fan von deiner Arbeit und jetzt habe ich genügend Geld gespart und jetzt will ich dieses eine Kunstwerk haben. Aber nicht wegen der Ausstellung oder den tollen Häppchen, sondern weil sie im Laufe der Zeit gelernt haben, dir zu vertrauen, weil sie sich bei dir verstanden und aufgehoben fühlen. Ich habe letztens auch schon Gespräch gehabt mit einem Künstler, der hat mir davon erzählt, dass ein Sammler zu ihm gekommen ist und er hat ihm eine Geschichte erzählt von einer Künstlerin, da hat er angefragt, wollte ein Kunstwerk haben, dann hat sie gesagt, ja, da kann sie ihm nichts dazu sagen, er muss sich bei ihrer Galerie melden, dann hat er sich bei der Galerie gemeldet, da kam dann nichts, dann hat er sich wieder bei ihr gemeldet, dann hat sie gemeint, ja, ich darf leider keinen Kontakt mit Ihnen haben. Das ist doch absoluter Irrsinn, absoluter Irrsinn. Und dann hat er natürlich sich für den Künstler entschlossen, der bei uns in der Kunstschmiede Akademie ist und ist da, fühlt sich da sehr, sehr gut aufgehoben. Vor allem mit der E-Mail-Sequenz, die er dann durchlaufen hat. Er hat sich angemeldet, durchläuft diese E-Mail-Sequenz, wurde angenehm abgeholt mit einer Sprache, mit einer Geschichte, die auch relevant für diese Zielgruppe ist. Das heißt, er fühlt sich verstanden, er durchläuft bestimmte psychologische Phasen, die eben ihnen dabei helfen, dann auch eine gewisse Bindung aufzubauen zu dem Künstler und auch Vertrauen aufzubauen. Und natürlich entstehen dadurch dann auch Verkäufe, ja. Deswegen, es ist, ich kann das nicht oft genug sagen, ja. Es ist einfach wichtig, dass man diese langfristige Ausrichtung auch vor Augen hat, ja. Weil nur so werden diese Leute, diese Kunstinteressierten, die an deiner Kunst interessiert sind, noch viele Jahre später auch an deiner Kunst Freude haben. Wenn du lange Zeit investierst, um dich zu entscheiden, das ist so ein langer Prozess und es brodelt in einem, so diese Inhaberschaft ist halt schon zum Greifen nah und man interessiert sich dafür und erfährt immer mehr und man kann sich das noch besser vorstellen. Und wenn es dann endlich zu Hause ist und es dann auch noch die Erwartungen übertrifft und dann die Kundenbindung halt auch vernünftig abläuft und man dann halt sich auch gut abgeholt fühlt, das sind auch Facetten, die auch in der Akademie immer wieder angesprochen werden. Es reicht nicht einfach nur zu verkaufen und, ja, Geronimo, viel Spaß damit, ich melde mich nie wieder. So geht das nicht. So geht das nicht. Ja, das ist eine Beziehung, die man aufbaut, die dann auch langfristig zu Empfehlungen führt. Wenn du jemanden als Kunden hast und der fühlt sich so gut abgeholt bei dir und der schwärmt von deiner Kunst, dann kannst du dir sicher sein, dass diese Person jemanden kennt, der ähnlich denkt wie er, der ähnliche Interessen hat, Werte hat, Ideale hat und dann erkennt er seine eigenen Bedürfnisse und die eigenen Werte eben auch in dieser Kunst, die du anbietest. Wir umgeben uns am liebsten mit Menschen, die so sind wie wir selbst und dann kannst du davon ausgehen, dass er dich halt auch an Menschen weiterempfiehlt, die deiner Zielgruppe entsprechen können. Und nur so kannst du auch eine persönliche Marke entwickeln, die wirklich jede Vita in den Schatten stellt. Wir reden immer von Vita, Vita, Vita. Eine Galerie braucht eine Vita, weil sie sonst keine Möglichkeit hat, dich zu vermarkten. Das sind die einzigen Vermarktungsargumente, die sie an den Tag legen kann, die eben dafür sprechen könnten, dass diese Kunst nächste Woche oder im nächsten Monat mehr wert sein könnte. Da geht es um einen Wiederverkaufswert. Es ist deutlich schwieriger, wenn man keinen Hintergrund hat im Verkauf und im Marketing, dann einen Wert zu schaffen bzw. einen Wert zu präsentieren, der eben authentisch ist, der aus der persönlichen Marke des Künstlers rauskommt, aus der Ausrichtung. Deswegen bringe ich auch Künstlern von Anfang an bei, dass die Intention das Allerwichtigste ist. Und das ist mit Abstand das Allerschwierigste für die meisten Künstler, sich einfach auf eine Intention zu konzentrieren. Weil sobald dieser Punkt abgeschlossen ist, hast du keine Probleme mehr. Wenn diese Intention klar ist und du dann auch noch Kontakt hast zu deiner Zielgruppe, du mehr über die erfährst, dann ist das wie ein Dominoeffekt. Dann ist alles andere deutlich einfacher. Und dann wird es dir einfach fallen, auch deine Motive zu finden, die auch gut ankommen werden. Und das alles, während du online ein System entwickelst, dass gleichzeitig tausende potenzielle Kunden über dich, deine Kunst und ihren emotionalen Kontext informiert. Das ist genau das System, das man dann aufbaut. Du hast deine Intention, du hast deine Zielgruppe, die du erreichst, du hast Feedback, du schaffst Kunstwerke, Motive, die genau die Schnittmenge ansprechen. Und dann hast du ein System, das immer mehr Reichweite schafft und immer mehr Menschen auch erreicht, die genau diese Menschen dann auch auf dich aufmerksam machen. Und dann können sie für sich selbst entscheiden, möchte ich mehr über sie, über deine Kunst erfahren. Und dann kannst du mit diesen Menschen dann halt langfristig auch Informationen austauschen, die ersten Anfragen kommen rein. Du lernst die Leute kennen, du baust Partnerschaften auf. Und du baust vor allem eine vernünftige Kundenbindung auf, die wirklich auf einer sehr, sehr ehrlichen Ebene ist. Mir geht es darum, dass du auch Marketing betreibst, das moralisch und ethisch einwandfrei ist. Denn in der heutigen Zeit ist alles transparent. Wenn du mit irgendwelchen manipulierenden Techniken kommst, das kommt irgendwann raus. Die Menschen sind nicht dumm. Und je mehr sie im Internet unterwegs sind, umso klarer wird es, wenn jemand versucht, jemanden über das Ohr zu hauen. Was wirklich gut funktioniert, welches Marketing gut funktioniert, ist einfach, Geschichten zu erzählen. Du brauchst einen Kontext, du brauchst eine Geschichte, die für diese Person relevant ist, in der er sich wiedererkennt und die ihn dazu animiert, sich mehr mit dieser Sache auseinanderzusetzen. Und diese Betreuung online oder diese Beratung online, wenn du dieses System aufbaust, kannst, ja, es ist, weißt du, einfach weil es strategisch und systematisch online geschieht und nicht bei einer teuren Ausstellung, die dreimal im Jahr ein Loch in dein Geldbeutel brennt, ist die Entscheidung dann relativ klar, worauf du dich konzentrieren solltest. Ich sage jetzt nicht, dass Ausstellungen per se schlecht sind. Auf gar keinen Fall. Ganz und gar nicht. Wenn man sie einfach als das sieht, was sie wirklich sind, sind Werbeevents für deine Kunst. Nicht mehr, nicht weniger. Es sind nur Werbeevents. Das ist ein Werbeevent für dein Produkt. Nicht mehr, nicht weniger. Nochmal. Ausstellungen sind nur Werbeevents. Nicht mehr, nicht weniger. Also eine Gelegenheit, bei der Menschen dich und deine Kunst kennenlernen und dann zu entscheiden, ob sie später in Ruhe mehr über dich und deine Kunst erfahren wollen. Oder eben nicht. Ich hoffe, diese Folge des Kunstverkaufens-Podcasts hat dir geholfen, so ein bisschen auch den Blick wieder zu öffnen für die Dinge, die wirklich relevant sind. Denn wir rennen immer wieder diesen Taktiken hinterher. Wir wollen ganz schnell irgendwelche Erfolge erzielen. Und dann glauben wir, dass diese eine Ausstellung am Ende des Jahres, auf die wir die ganze Zeit hinarbeiten, der Durchbruch sein wird. Ich sage dir ganz ehrlich, diese Strategie wird nicht funktionieren. In den meisten Fällen nicht. Was funktioniert, ist sich strategisch in kleinen Schritten kontinuierlich deiner Zielgruppe zu nähern. Kunst zu machen, die für sie interessant ist und deine Leidenschaft widerspiegelt. Da die Schnittmenge zu finden. Diese Kunst immer und immer wieder den relevanten Leuten zu zeigen. Komplementäre Partnerschaften aufzubauen. Social Media Marketing zu betreiben. Jeden Tag E-Mail-Marketing zu betreiben. Jede Woche. Und dann hast du eine Basis, die dir langfristigen Erfolg schafft. Stell dir vor, was passiert, wenn du ein Jahr jeden Tag auf Social Media etwas postest, das eben mit deiner Kunst zu tun hat, mit deinem Thema zu tun hat, mit dir als Künstlerin zu tun hat oder als Künstler und natürlich noch mit zwei, drei anderen Themen, die du vielleicht noch mit reinbauen möchtest. Was denkst du, wird passieren? Ich denke, die Frage kannst du dir selbst beantworten. Ich wünsche dir den Erfolg, den du dir wünschst und setze auf Systeme, nicht auf Taktiken und Abkürzungen. Alles Gute. Bis dann.